herzlich willkommen liebe zuschauer zum dax check heute am freitag es schaut nicht gut aus um den dax wir sind jetzt vorbörslich mittlerweile unter 13.600 punkten vielleicht erst mal auf die tafel in frankfurt was der late and early dax sagt da sind noch 13 623 das können wir wahrscheinlich vergessen die indikation gerade bei 13 5 65 auf jeden fall wenige sekunden vor der sendung was ist passiert erzeugerpreise gab es und die sind also für deutschland und die sind im juli um 37 prozent gestiegen erwartet waren 31 prozent immer noch crazy aber noch sechs prozentpunkte höher und das ja schürt eben wieder inflations rezessions ängste und entsprechend ist der dax vorbörslich im minus jetzt schauen wir mal was uns da so blühen könnte also wir haben diesen aufwärts trend den wir da seit mitte juli sehen gestern eben gebrochen haben vorgestern sind dann gestern nicht mehr reingekommen heute liegt diese linie bei etwa 13 8 50 das können wir jetzt erstmal abhaken wenn wir wirklich da 300 zähler tiefer öffnen wichtig jetzt neben der 13 5 die in der vergangenheit ein paar auflange punkte geliefert hat der bereich um 13 4 das ist das hoch hier und dann ja sind wir beim 38,2 prozent fibonacci retracement von dieser aufwärts bewegung eben seit mitte juli bis 13 947 dieses retracement liegt bei etwa 13 360 das sind so die marken die mit denen wir uns womöglich noch vor dem wochenende beschäftigen müssen wir sehen es der dax unter 13 6 immerhin nicht ganz so schlecht wie jetzt die ersten in oder die indikationen vor der sendung was steht heute noch an datenlage ganz mau also in in amerika keine keine wirtschaftsdaten die jetzt eine große rolle spielen auch in der eurozone heute nichts mehr also von daher relativ ruhig und das macht dann hoffnung dass die märkte sich vielleicht vor dem wochenende nicht ganz so ja in die verlustzone stürzen auf jeden fall ist der aufwärtstrend erst einmal gebrochen jetzt kommt darauf an dass wir die 13 5 spätestens die 13 4 verteidigen da haben wir noch einen puffer von daher jetzt will ich auch nicht zu schwarz malen produkt im moment haben wir keines also von daher brauchen wir das nicht abhaken ich würde sagen ich entlasse sie ins wochenende ich wünsche ihnen gute kurse ein wunderschönes wochenende und bis bald machen sie es gut so 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 Untertitelung des ZDF, 2020